Hallo und herzlich Willkommen im Lackier- und Karosseriezentrum Lingen in Gronau. Als Euro-Garant-Fachbetrieb vereint das Lackier- und Karosseriezentrum Lingen sämtliche Instandsetzungen im Fahrzeug unter allem Dach aus Meisterhand. Lackierung, Unfallreparatur und ein integrierter Autoglasservice auf dem neuesten Stand der Technik. Andreas Reinders ist als Fuhrparkleiter für den Hohl- und Bringservice verantwortlich. Hier wird das Fahrzeug zerlegt und nach der Lackierung wieder zusammengebaut. Hochqualifizierte und speziell geschulte Mitarbeiter bereiten die Fahrzeuge in Handarbeit für die Lackierung vor. Auf dem neuesten Stand der Technik ist unsere Lackierkabine. 35.000 Kubikmeter Luft werden pro Stunde abgesaugt, gereinigt und im Wärmeaustauschverfahren umweltfreundlich und vor allem sauber nach draußen abgeführt. 50.000 Kubikmeter HOLT 60.000 Kubikmeter 爱 Hier werden die Fahrzeuge wieder montiert und abschließend von innen und außen sorgfältig gesäubert. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Schwere Unfälle mit Rahmenschäden werden auf unserer hochmodernen Bodenrichtbank millimetergenau gerade gezogen. Ein Fahrzeug neuster Baureihe wird für die Instandsetzung mittels Nied- und Klebetechnik vorbereitet. Bei uns werden nur Originalersatzteile und Betriebsmittel nach entsprechenden Herstellervorgaben verwendet. 25 Jahre Berufserfahrung qualifizieren unseren Karosseriebauer auch die modernsten Fahrzeuge originalgetreu wiederherzurichten. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung. BR 2018 Wir helfen, wenn es kracht. Zehn Ersatzfahrzeuge stehen für unsere Kunden bereit. Merken Sie sich einfach die 02562 99 11000, wenn Sie unsere Hilfe brauchen. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen im Lackier- und Karosseriezentrum Lingen in Grunau.